Hallo, ich bin Nick Heitfeld und hier seht ihr mein Equipment. Alles das, was ich beim Fahren an habe. Unten angefangen bei den Schuhen. Ist eigentlich recht unspektakulär. Das einzige, wo man natürlich immer darauf achtet in der Formel 1, ist, dass sie schön leicht sind und dann noch, dass ihre Sohle recht weich ist. Das sieht man hier, recht flexibel, damit man ein gutes Gespür für die Pedale hat, für Gas und Bremse. Dann der Anzug. Offensichtlich feuerfest, genau wie die Handschuhe und die Schuhe auch. Eigentlich alles, was man anhat, ist feuerfest aus Nomex. Ist dann beim Fahren, speziell in wärmeren Gefilden, teilweise recht anstrengend und heiß. Beim Anzug gilt eigentlich das Gleiche. Da wird auch permanent weiterentwickelt, um das Ganze ein bisschen leichter, atmungsaktiver und angenehmer zu gestalten. Genau wie auch hier oben die Ballerklaver.